So, das erste Gespräch mit dem Verkäufer. Äh, ist er, ne? Der 7er, neue 7er, ist er, ne? Ne, nicht der Moped, der Auto hier. Ist er, 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 ist er. Sarido, steht doch hinten drauf. Ne, 7er. Ja, mal gucken hier so. So, das ist er jetzt von der anderen Seite. Sieht genauso aus. Da haben Sie sich ja was einfallen lassen. Schöner war, du, schöner war, du. Äh, hör mal hier, äh, was hat er? Was, was er hat? Der Auto, was hat er? Hat er Klima? Klima, hat er Klima? Klima, hat er? Hat er, hat er, hat er, hat er, hat er. Klima, hat er, Klima, hat er, Klima. Stehen wir rein, ne? Stehen wir rein, ne? Stehen wir rein, ne? uine von Werthандỡm oder Slima? Hat er, hat er auch, hat er auch. hat er auch, schwöner tale, ne? Wurteleut, Wurzleut. Eichefonier, Wurteleut. Hat er, hat er, hat er, hat er. Und wer ist hier, wer ist hier белig? EDWIG?! Der Eck, Adam Wheelt, hat er, hat er. Wie viele? 6 ebbeg! Boah, 6 ebbeg, ey. Meine Alte hat auch noch 2 ebbeg, sind 8 ebbeg, ne? Da kann ja nichts passieren an der Birke. Jo, schöner Meinung. Wie viel Liter? Hier? 580, 580 Liter? Ach so, der Kofferraum hier, ja, Kofferraum, ne? Da kannst du den ganzen Panda mit reinpacken, Panda-Bären, ne? Oder die Alte, wenn sie wieder anfängt zu meckern. Da kannst du dich doch schnell Autofahren tu. Sagt sie immer, dein Auto ist so dein Penis-Ersatz. Sag ich immer, sicher ist er das. Wer hätte nicht gern einen 2 Tonnen Einspritz-Penis mit 6 Gängen, ne? Du hast bestimmt, Jürgen, Jürgen. Jürgen, 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 Jürgen. Jürgen, 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 Jürgen. Schöner Meinung. Komm her, komm her, komm her. Komm her, komm her. Was kostet das? Was kostet das? Was kostet das? 250.000 Mark? Leck mich fetto. 250.000 Mark hier. Komm, Helga, setz dich mal rein da. Ja? Setz mal rein, guck mal da. Ne, sieht scheiße aus. Ne, komm wieder raus, komm wieder raus. Ne, aber guck hier alle. Leder, du Leder. Leder, du. Leder, du. Napperlude, du. Ludenleder. Und nicht das scheiß Vertreter-Velur, ne? Wenn du da reinpupsen tust, dann stinkt das Weihnachten noch, ne? Aber 250.000 Mark, na gut, ich meine, wenn wir unseren alten Nissan-Mikra in Zahlung geben, ne? Dann gehört er uns in 30 Jahren, ne? Komm, wir gehen zum Geldautomaten. Komm, Helga. Willkommen zurück bei den Meistern der Comic...